Ich möchte sprechen mit Nico Lange, er ist Senior Fellow bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, denn bei Baerbock wird es natürlich die Ukraine sein und auch der Nahe Osten, der Sie nun beschäftigen wird. Wenn wir auf die Ukraine schauen, auch das war heute noch einmal Thema, wie man das Land weiter unterstützt. Was erwarten Sie da jetzt von der Außenministerin? Was tut Deutschland? Was muss Deutschland auch tun? Wir brauchen als Deutschland gemeinsam mit den Partnern in Europa sowas wie eine europäische Sicherheitsagenda. Wir wissen, dass die Unterstützung der Amerikaner wackelig ist, dass dort Wahlen stattfinden. Und jetzt nützt es ja nichts, sich ständig Sorgen zu machen oder sich gegenseitig dazu aufzurufen, was zu tun, sondern es muss konkret was gemacht werden. Munition fehlt in der Ukraine, Industrieproduktion fehlt. Diese Dinge müssen jetzt geschehen. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.